So und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück hier wieder bei Call of Duty Modern Warfare 2. Wow, ich hoffe, dass wir es jetzt endlich schaffen in diesem Part. So, jetzt muss ich irgendwie... Ah, verdammt. Erstmal hier durch. Oh, 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 oh. Von wo? Nein, verdammt. Ja, ich... Fuck. Wir müssen hier irgendwie durch und da bin ich auch schon das erste Mal gestorben. Verdammt, diese Mission. Wir müssen das doch irgendwie schaffen. Das ist gerade echt Nerven auftreiben. Ah, beziehungsweise sehr anstrengend. Verdammt. Versteht nicht. Er klettert auf ein Dach und trägt einen schwarzen Sack. Das wird ihn aufhalten. Loach, wir verhindern, dass er wieder umkehrt. Weiter vor. Los, los. Ich geb' ja mein Bestes, verdammt. Aber das wird nicht leicht gegen die Truppen hier. Boah. Ich muss erstmal schauen, von wo ich beschossen werde. Von wo ich beschossen werde, verdammt. Lass mich durch. Lass mich ins Haus. Schnell, schnell, schnell. So, erstmal nachladen. Und... So, ich muss hier irgendwie raus. Loachers muss nach Westen. Oh, 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 oh. Shit. Hier eine Granate für meine Freunde. Ihr könnt gerne reinkommen. Ich bin etwa einen halben Kilometer östlich vom Markt. Ich kann sehen, wie Loachers über die Dächer rechts von mir läuft. Verdammt noch mal. Das war dumm von mir. So, Moment. Ha. Deshalb Eagle nehm ich doch mit. So, und... Oh, oh. Oh, das gibt's nicht, oder? Wo denn? Scheiße. Wie komm ich dir denn jetzt irgendwie weg? Wo muss ich denn... Oh, 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 oh. Verdammt noch mal, wie... Ich kann ihn so nicht ergreifen. Ich komm gar nicht durch diese Menschenmengen. Das sind einfach so viele. Ich gehe auf die Dächer und versuche, ihn von rechts im Wege zu halten. So, verpiss dich. Nachladen. So, erstmal alles überprüfen. Alle Waffen. So, und jetzt... Ich glaube, ich kann ihn auf dem Markt... ... geht's los. Ich muss einen anderen Weg finden. Oh, oh. Ah, verdammt. Leute, das regt mich gerade selber... ... verdammt noch mal auf. So, Kleiner. Komm mal her. Ich glaube, ich kann ihn auf dem Markt nicht erfassen. Ich muss einen anderen Weg finden. So, erstmal ein bisschen ausharren hier. So, jetzt meine gute alte ACR nehmen und... Komm, wir schaffen das. Das ist ja schön, dass er über die Dächer kommt. Ich muss irgendwie... ... die Leute abwimmeln. Verdammt. So, ich sollte mal die RPD aufsammeln. Und hier. Gehen Sie weiter den Hügel rauf, Roach. Ich habe ihm den Weg abgeschmitten. Er muss nach Westen und über die Dächer. Roach, ich habe noch was gefunden. Er versucht zu entkommen in Ihrer Richtung. Nicht auf ihn schießen. Wir brauchen den Leben und uns unverletzt. Willst du mich verarschen? Wie soll ich denn... ... weiterkommen jetzt? Wir schneiden ihm oben auf dem Hügel den Weg ab. Weiter in diese Richtung treiben. Los, los. Also, irgendwo ist ein Scharfschütze, der mich die ganze Zeit trifft. Von wo... Nach egal. Ich habe keine Zeit nachzugucken. Oh oh. Ich wette, ich bin gleich wieder tot. So ungefähr jetzt. Ich kann auch nicht schießen. Ich komme... Ich komme hier jetzt nämlich gar nicht mehr raus. So, geht doch. Endlich. Wir gehen jetzt mal weiter. So. Er ist wieder über einen Zaun gesprungen und nähert sich dem Halt des Innenstattes. Zereistet sich. Los, los. Ja, ja, ja. Ich komme doch. Halt. Scheiße, er kommt zu ihm zurück. Weiter auf den Hügel treiben. Wir schneiden ihm oben den Weg ab. Treibt ihn weiter auf den Hügel, Roach. Er darf nicht umführen. Verdammt. Ich gebe ja mein Bestes. Wo ist er? Wo ist er? Wir schaffen das. Immer mit der Ruhe. Irgendwie müssen wir es schaffen. So nachladen. Wo muss ich hin? Runter? Wo ist er? Oh oh. Ich gehe ganz vor rechts. Roger. Entwischt uns. Nein, bitte nicht. Ups. Wir haben Rochas getötet. Schade. Okay. Weiter. So. Komm her, du Bastard. Wir haben das Paket. Der Heli kann kommen. Koordinaten voll. Der Himmel ist frei. Den Heli sofort schicken. Mann, war das eine Mission. Kommando hört nicht auf uns. Wir sind auf uns allein gestellt. Scheiße. Errungenschaft freigeschaltet. Hab dich. So. Wir haben Rochas, den Schweinehund. Endlich. Task Force. One. For one. So. Womit geht es weiter? War ja eine ziemlich schöne Mission. Also die hat mir wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm. Stand bravo. Wir sehen 70 Feinde in Ihrem Bereich. Bitte bestätigen. Was? 70? Negativ. Total negativ. Over. Oh oh. Könnte ein Fehler in einem der ACF-Module sein, Sir. Sand bravo. Systeme werden gerade auf Fehlfunktion überprüft. Der Himmel ist freie Station. Sie haben da ein paar Phantompunkte. Over. Zulu X-Ray 6. In Ihrem Bereich werden etwa 100 Feinde angezeigt. Negativstation. Alles bestens. Ich weiß leider auch nicht. Sonneninterferenz. Starke Sonnenfleckenaktivitäten heute. Sierra Delta, wir haben hier vielleicht ein kleines ACS-Problem. Sehen Sie irgendwelche Feinde. Over. Sie sind überall. Sierra Delta, wiederholen Sie. Ich sehe Kampfjets über der I-95. Sie sind nicht durchgekommen. Bereithalten. Kontaktieren die nächsten Einheiten in diesem Bereich. Verstehe. Hier ist Sergeant Foley. 1. Bataillon. 75. Ranger-Regiment. Befehlshabender Commander von Hunter 2-1. Hören Sie mich. Over. An alle Stationen. Achtung. Satellitenüberwachung wurde deaktiviert. Geräuschüberwachungssystem zur Zeit nicht einsatzbereit. Super. Oh Gott. Ich würde mal sagen, wir sitzen in der Falle. Wolverines. Tag 4. Private James Ramirez. 1. Bataillon. Wow. Ich komm doch schon. So. Los Sergeant Foley. Satellitenüberwachung. 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 Luftunterstützung ist bereits im Einsatz. Zusätzliche Bodenunterstützung ist auf dem Weg zu Ihnen. Ist aber auf heftigen Widerstand getroffen. Over. Roger, Overlord. Wäre feindliche Panzerfahrzeuge gesichtet. Rücken zu Fuß vor. Over. Okay. Ober bestätigt alles. Viel Glück. Ende. Vielen Dank. Ich hoffe, wir schaffen es. Können Sie aufwollen oder was? Scheiße. Feuer einstellen. Die BTR nicht angreifen. Sie haben uns noch nicht gesehen. Nach rechts und dahinter. Unterbleiben. Scheiße. Leute, wir müssen hier irgendwie raus. Oh nein. Ich sehe Rauch bei der Abschlussstelle. Da ist Bletter runtergegangen. Sergeant Foley. Ramirez, Rauchkaner hatten einsetzen. Wir haben eine Verordnung in Deckung geben. Team, eine Rauchkaner darf den Meteor erwerfen. 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 Okay, Foddy. So. Die Musik ist gerade sehr emotional, wie ich finde. Passt hier nicht so ganz rein. Aber ist nicht schlecht, sag ich mal. Ihr verdammten Schweine. Komm, gib mir die Tag. So. Jetzt geht's ab. Verdammt. Nicht, dass wir ein bisschen auffällig sind. Oh oh. Was jetzt? Oh. Ich komm ja schon. Ich komm es, Sergeant Foddy. Oh oh. Schnell. Ich will hier nur noch weg. Scheiße. Oh. Wir haben ihn zum Kühlraum gemacht. Wer ist so und die Kugel sind? Noch bewusstlos. Sind hier Sanitäter? Komm wohl dann überprüfen wir. Was noch? Auf dem Dach sind neue Vorräte mit einem M5-Geschütz. Kameras. Wo? Noch das Dach und die Vorräte überprüfen. Okay. Dann gehen wir mal aufs... Wow. Kollegen. Ihr habt mich gerade erschrocken. Äh. Wie komm ich denn aufs Dach?